Karte abgelehnt Ist das ne Frau? Sandy Bigelow Patterson Every day I'm hustlin, hustlin, hustlin Hustlin, hustlin, hustlin Und jetzt fliegen sie runter und holen sie her? Oh nein, sie müsste direkt hier vor uns stehen, dann könnten wir was tun Ist das der neue Standard bei der Polizeiarbeit? Wie wär's, wenn ich nach Florida fliege und sie herhole? Dann wär ich entlastet, hab ich recht? Daddy, der Fernseher ist kaputt Ich bring das wieder in Ordnung und deshalb muss ich verreisen Das ist doch verrückt, du jagst keine Verbrecher Ich schaff das, sie ist wie ein Hobbit Ich mach Jagd auf Bilbo Erwischt Sandy, Bigelow, Patterson. Wir können es auf die harte oder auf die sanfte Tour machen? Die sanfte wäre mir lieber. Sie wehren sich nach. Und wie? Schlägst du die Anfrauen? Eddie? Ich habe diese Gitarre geliebt. Ich verklag dich. Das war nicht die sanfte Tour. Du hast Geld von Paolo geklaut. Kommen Sie mit mir nach Denver. Ich werde keine Anzeige erstatten. Und da schießt auch keiner auf Sie. Du hast nichts in der Hand. Das Spiel können wir den ganzen Tag spielen. Bist du ein Kenianer? Alles in Ordnung? Wir sind immer noch auf Kurs. Wir müssen weiter. Ich werde dir mal sagen, was hier los ist. Sandy sieht gerne bei Zoom. Oh, nein, 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 nein. Ich darf diese Frau nicht aus den Augen lassen. Entzöckend. Das ist furchtbar. Danke. Wahnsinnig! Das war kein Kompliment. Ich weiß. Sie wurden von einem Auto überfahren. Sind Sie überhaupt ein Mensch? Man muss aber einfach die Beine locker machen. Das habe ich im Internet gelesen. Wie wäre es mit Musik? Mein Milkshake... Mein Milkshake bringt all... We walk 500 miles zu... Warte, den krieg ich. Wee! Barracuda! Alles okay? pantscedes im zweiten Aarcelium. Aarcelium. uit Hazelt. way Com die